Wo ist er? Wer? Dein Liebhaber. Welcher Liebhaber? Wieso? Hast du mehrere? Ja. Bea, du bist schon da? Du weißt doch, ich mag das nicht, wenn man mich so plötzlich weckt. Was hält ihr an? Ich habe nichts mit Frau Kylow. Frau Kylow, wer ist das? Na, ihre Gattin. Kallo. Ah, Verzeihung. Aber gleich viel. Ich habe mit ihr geschlafen, aber nicht mit ihr geschlafen. So eine Liebung zu scherzen. Nicht im Gerinnsten. Aber denken Sie doch einmal nach. Der Skandal, die Schlagzeilen. Sagen Sie doch, was hält da los? Damit sie mich als erstes erschießt. Das macht nichts. Ich bin der Jüngere. Was erzählst du mir denn da? Blick, freut mich. Dann werde ich vom fernsten Meer bespült. Meine Julia. Julia? Auf, auf, auf. Bezäunig, wenn sie an der Kiel. Was denn geht denn? Wissen Sie, dass Sie ein Gauner sind? Ja, ein klarer Fall. Es geht denn. Vielen Dank.